Hallo, das ist der dritte Part, oder irgendein Part, ja, der dritte Part von Minecraft. Und wir spielen einfach mal weiter. Ja, ich werde jetzt gleich normal umstellen, wenn es langsam wieder Tag wird, weil ich mein Haus noch nicht fertig habe und ich keinen Bock habe zu sterben. Bauen wir das Haus so, Ende. Boah, ey. Naja. Das ging ja nicht symmetrisch. Ähm, ja. Ich brauche es mal schnell fertig. Fenster brauche ich später rein. Äh, ja. Dum dum dum. Dum. Dum dum dum. Nein. So. Das wird hoffentlich nicht reichen. Hier kommen denn die Fenster hin. Naja, könnte ich jetzt endlich schon noch ausbauen. So, das brauchen wir nicht. So, hier Fenster. Man kann ja jetzt ja bunte Fenster machen. Mal gucken, wie das nachher geht. Naja. Gut. Gut, das wird die Türen. So. Typ, typ, typ. Auch für gleich Tag, dann kann ich ja gleich mal normal anstellen. Also, die nächste Nacht wird entspannter. Da können wir mal Zombies hier angehen oder irgendeine andere Viecher. Hinten können wir auch noch einen Garten irgendwie hinbauen, hinter dem Haus. Aber, das kommt alles später. Ich war ein Robo fertig. Also. Typ, 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 typ. dispostiv. Und ich will nicht mushroomen. So. Boah, das holzrecht gar nicht. Das hat eigentlich noch eine Kiste. Muss ich gleich mal gucken. Also... Hier hinten... Was? Da hinten? Ne. Oh, unser Haus. Das ist unser Haus. Ja. Cool, das war alles. Das kann ich bei dem kaufen. Ah, der hier. Ah, doch. Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich habe ja noch Holz gehabt. Ist gut. Äh, ja... Hm. Gut, ich kann eigentlich schon mal alles erbauen. Wo ich hab eh eh schon einen. Noch. Ähm... Das Haus auch noch mal heile, sonst, endlich. Naja. So. Boah, ich kann heute echt nicht bauen. Blup, blup. Jetzt fang ich hier extra noch mit dem Stack an. Naja. Blup. Oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Blup, blup, blup. Blup, blup. Blup, blup, blup. Naja. Blup. Gleich, es ist zu. Blup. Blup, blup. Blup, blup. Blup. Los, dann fertig machen. Jeeey! Und den Boden müssen wir auch noch machen. Sehen noch das Fenster. Schöne Sicht zu den Topfbewohnern. Geht auch nicht symmetrisch. Naja, muss ja nicht so toll aussehen. Ah, gut. Hier auch noch was. Ich mach hier hinten. Hier hinten mach ich auf jeden Fall einen Garten hin. Und genau, dann baue ich hier die... Nein, nur eine Axt. Ist gleich kaputt. Hier kommt ein Tor hin. Das kann offen bleiben. Und dann baue ich irgendwas anderes hin. Dann baue ich hier zwei Doppeltfenster. So. Und hier. Nein! Hell, hab die Bäcker nicht gekriegt. Ach so. Gut. Ähm, ja. Können wir schon mit einrichten. Klub. Äh, ja. Das Bett. Truhe. Na ja. Erstmal der Rohbau. Äh, ja. Brauchen wir alles erstmal nicht. Das Holz lässt erstmal nochmal. Das weg, weg. Jetzt mal auf Normal stellen. So. Mhm. Ich brauche Sand für Glas. Und ich baue kurz erstmal. So, ich hätte hier noch Stecker gehabt. So, ich baue erstmal einen Zaun. Ähm. Ein paar Stecker. Ja, genau. Aber ich brauche auch nicht so viele. Es reicht zwei. Ähm. Ja. Genau, da habe ich hier ein paar Tore. Äh. Ein Tor. Oh Mann ey. So klar. Naja. Hm. So, glaube ich. Und in der Mitte. Ja. Zaun Tor. Oh, hier zwei. Oh. Sch falten. Das ist noch ein Tor. Das passt jetzt. So. Ah ja. Habe ja keine Axt mehr. Gut. Denn.